Herzlich Willkommen zu Backstage! Mein Name ist Leni Bormann und heute spreche ich mit Fabian Strahl. Fabian ist der erste Zauberer in diesem Podcast und ich habe natürlich ganz viele Fragen an ihn. Wir sprechen über das Trickgeheimnis, Magie die im Kopf stattfindet, Zauberbücher, Bühnenpannen, Fingerfertigkeit, Zauberkünstlerinnen, magische Zirkel und noch so einiges mehr. Wir beginnen allerdings erst einmal, wie könnte es anders sein, mit einem Zaubertrick. Fabian und ich haben vorher nichts miteinander abgesprochen, nur dass wir uns über Videocall unterhalten wollen. Die Kartenschachtel, die Fabian mir gleich zeigt, ist verschlossen. Er hält sie die ganze Zeit vor die Kamera und öffnet sie bis zu dem Effekt kein einziges Mal. Ich denke, meine Reaktion, die gleich kommt, ist also nachvollziehbar. Ja, hallo Leni. Hi. Ich habe hier etwas für dich mitgebracht. Guck mal, schau mal, was das ist. Weißt du, was das ist? Ein Kartendeck. Ja, richtig. Das sind Pokerkarten. Und ich habe mir gedacht, bevor wir jetzt einfach so starten, die Leni hat doch bestimmt eine Lieblingskarte. Eine Lieblingskarte? Ja. Die Karo 5, die kommt in meinem Live-Hörspiel vor, von Alice im Wunderland. Echt, die Karo 5? Wahnsinn, das wusste ich. Ich wusste es wirklich. Ja? Ne, wirklich, das ist kein Quatsch, weil die Karo 5 habe ich nämlich hier falschrum in das Kartenspiel reingesteckt. Nein. Ich zeige dir das mal. Nein, wirklich, ich zeige dir das mal. Bevor wir angefangen haben, war eine Karte hier, die war falschrum. Siehst du das? Die habe ich hier falschrum reingesteckt. Ja, das ist eine falschrum. Genau, die einzige Karte falschrum. Und wenn das jetzt die Karo 5 wäre, das wäre der Hammer, oder? Das wäre ziemlich krass. Was würdest du denn dann sagen? Wahrscheinlich wäre ich ein bisschen sprachlos. Okay, pass auf, ich drehe jetzt mal ganz langsam. Wäre es jetzt auch verblüfft, wenn es die Karo 6 wäre? Nein, Spaß. Die Karo 5. Das wäre nicht ganz so krass, ja. Nee, aber die Karo 5, schau mal, ich halte es mal ganz langsam hier hin. Das ist die Karo 5? Oh mein Gott. Wahnsinn, oder? Ja, ich hatte irgendwie so eine Vorahnung und ich habe mir gedacht, das muss ich dir zeigen, bevor wir überhaupt loslegen, weil das ist der Wahnsinn, ja. Hast du mein Live-Hörspiel gesehen? Nein, habe ich nicht, ich muss es noch sehen. Ich habe schon überlegt, ob ich mit meinem Sohn mal vorbeikomme. Habe gesehen, es gibt ja Termine, ne? Ja, 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 genau. Ah, wie geil, oh mein Gott. Jetzt bin ich schon voll happy, dass du hier bist. Die ist total cool, weil du bist der erste Zauberer in meinem Podcast und deswegen habe ich schon allein irgendwie hunderttausend Fragen, die ich dich gerne fragen würde. Okay, ja, das ehrt mich, ja. Also ich finde es auch sehr schön, hier zu sein und ich habe schon ein paar Folgen gesehen und von daher freue ich mich jetzt drauf, was wir jetzt spannendes besprechen werden. Also es ist klar, dass ich keine Tricks verraten werde. Ja, das wäre auch mal so eine Frage, die ich mal stellen würde. Wie reagierst du da drauf, wenn Leute immer wieder diese Frage stellen, wie geht das? Weil das kommt ja bestimmt ständig, oder? Ja, es kommt ständig, aber es wird ja einfach nur so als Verzweiflung gefragt, ne? Also aus Verzweiflung. Also es rechnet ja keiner damit, dass ich wirklich sage, wie es geht. Und meistens schmunzel ich und zucke mit den Schultern, ja. Weil ich glaube, es würde einfach diesen Trick kaputt machen, wenn ich jetzt verraten würde, wie zum Beispiel die Karo 5 falsch rum in das Kattenspiel reingeht. Ja, natürlich. Und da habe ich doch auch gar nichts mehr von. Jetzt bin ich total begeistert und wenn ich dann weiß, wie es geht, ist es doch langweilig, ja. Wobei es wird halt unter Zauberern schon diskutiert, ne? Also wie geht man mit Trickfahrrad um? Weil wir Zauberer sind ja schon mal auch irgendwie dazu gekommen. Also irgendjemand muss uns ja mal was gezeigt haben, was uns dazu gebracht hat zu zaubern. Also wir haben das ja auch nicht einfach so irgendwie gelernt. Zum Beispiel bei mir war es der beste Freund von meinen Eltern. Der hat auf einmal mir einen Seiltrick gezeigt, ganz klassisch zerschnitten und dann wieder hergestellt. Und ich sollte doch mal bis zum nächsten Mal überlegen, wie es funktioniert. Und dann habe ich halt, habe alles Mögliche rausgekramt, auch in Büchern gesucht. Und so fing ich halt an, mich damit zu beschäftigen. Und er hat es mir dann danach gezeigt. Also ich muss es ja auch irgendwo herbekommen haben. Ja, das stimmt, ja. Und wenn jemand zu mir kommt und sagt, schau mal, ich habe hier was geübt und mir das zeigt. Und dann würde ich ihm auch auf jeden Fall da Tipps dazu geben und würde ihm vielleicht auch wieder was Neues zeigen. Weil darum geht es ja nicht. Es geht ja nicht darum, alle Geheimnisse unter den Deckel zu kehren, sondern es geht ja schon darum, auf dem Stand, wo derjenige ist, ihn weiterzubringen. Ja. Und weil es ist ja keinem geholfen, wenn ich gar nichts verraten würde. Also zumindest an diejenigen, die sich dafür interessieren. Ja. Ja, und das heißt aber, ich gebe nicht gleich alles preis, sondern man muss das halt so häppchenweise halt lernen, ja, wie man andere Sachen auch einfach sukzessive lernt, ja. Ja. Wie alt warst du, als du diesen Seiltrick gesehen hast? Boah. Also ich muss dazu sagen, ich habe ja sehr früh angefangen, ne, also mit Zaubern, beziehungsweise ursprünglich wollte ich ja eigentlich nur jonglieren. Und wie das so jeder macht, mit so zwei Bällen, die man dann so in der Hand so einmal von links nach rechts übergibt, ne. Und dann, ja, dann habe ich das einem Clown gezeigt, das war irgendwie so ein Schulfest oder sowas und der sagte mir, das ist nicht richtiges Jonglieren. Und da war ich erst mal total enttäuscht. Und ich glaube, das ist so das Wesen, weil ich will das können, also übe ich das. Und das ist so mein Wesen, glaube ich. Und dann habe ich angefangen, Jonglieren zu üben, mit zwei Bällen, mit drei Bällen und so weiter. Und dann irgendwann hat mir, wie gesagt, dieser Freund den Trick gezeigt und da stand für mich fest, Zaubern ist das, was ich machen will. Und ich war, vielleicht wie alt war ich, also so sechs, fünf, sechs müsste ich gewesen sein, ne. Und genau, und dann habe ich einen Kinderzauberer gesehen und der hat mich auch total begeistert. Und da war für mich klar, Jonglieren lasse ich jetzt erst mal so ein bisschen und zauber. Aber das Jonglieren ist nie verschwunden. Also ich habe immer vor meinen Zaubershows sozusagen so als Warm-up mit allen möglichen Sachen jongliert. Jonglierst du irgendwas, was gerade greifbar ist so? Nee, 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 nee. Ich hatte wirklich, ich hatte wirklich auch schon Material dabei. Also ich habe das wirklich als Vorprogramm so gemacht. Also mit Bällen, mit Ringen, mit Keulen, mit Devilstick und Diabolo, was es da alles gibt. Aber irgendwann habe ich gesagt, so jetzt lasse ich es. Ich bin Zauberer fertig. Und dann habe ich eigentlich nur noch gezaubert, ja. Und das, ja. Vielleicht sollten wir mal kurz dazu sagen, dass du aber auch noch einen normalen Job in Anführungszeichen hast. Richtig, ja, ja. Du bist nämlich Lehrer. Richtig, ja. Wobei auch da wieder es ein paar Verbindungen gibt, weil du lernst Musik unter anderem. Ja, richtig. Und machst ja auch viel Musik, hast auch Chöre geleitet, Orchester, Big Bands und so weiter. Und also ist auch wieder künstlerisch. Und inzwischen hast du ja sogar ein Programm, über das wir auch noch sprechen müssen. Ja, Kopfreise, ja. Können wir auch direkt gerne, ja, die Kopfreise, was am 18. November 2022 um 20 Uhr in Speyer Premiere haben wird im Stage Center. Das ist über das Zimmertheater Speyer entstanden, ne? Weil das Zimmertheater im Moment nicht in seinen eigenen Räumen aufführt, sondern verschiedene Städten in Speyer eben bespielt. Genau. Und da wird die Premiere sein von Kopfreise und da verbindest du jetzt zum ersten Mal Zauberei mit Musik. Richtig. Und das war schon immer ein Traum von mir. Also ich, wie gesagt, also ich habe schon auch parallel halt sehr viel Musik gemacht. Und habe dann irgendwann gedacht, man müsste das irgendwie miteinander verbinden können. Und das ist eigentlich nicht so einfach, weil das jetzt wirklich zwei ganz unterschiedliche Dinge sind. Und habe jetzt erst so in der letzten Zeit gemerkt, wie man das verbinden könnte. Nämlich indem man halt Texte für Effekte schreibt und das praktisch wirklich in Szene setzt, dieses Klavier. Und praktisch dann so eine Art Klavierkabaret draus macht, indem man praktisch einfach noch ein weiteres Ausdrucksmittel eigentlich hat. Nämlich das Klavier, was halt bestimmte Emotionen oder bestimmte Dinge halt auch darstellen kann. Und so kam dann diese Idee mit Kopfreise. Also ich habe für, also ich habe, das ist nicht permanent im Programm drin, das Klavier, weil sonst würde es sehr, sehr viel werden. Aber ich habe für bestimmte Effekte Songs geschrieben und habe dann sozusagen, ja genau, den Effekt praktisch damit integriert. Also ich singe über diesen Effekt. Es gibt also Teile, wo ich drüber singe, über diesen Effekt. Es gibt aber auch Teile, wo der Effekt parallel während des Klavierspielens passiert, was auch sehr schön ist. Weil auch tricktechnisch gesehen, ich die ganze Zeit halt am Klavier sitze und nichts manipulieren kann, weil ich am Klavierspielen bin. Ja und deine Hände beschäftigt sind. Genau, meine Hände beschäftigt sind, richtig. Und das ist also, es hat einen ganz neuen Aspekt eigentlich mit reingebracht. Wobei, was für mich wirklich schwierig war bei der Konzeption war, dass entweder ist der Schwerpunkt auf der Musik, dann ist der Effekt nicht mehr so stark, also von dem Trick. Oder der Trick ist sehr, 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 sehr stark und dann muss die Musik sich aber zurückhalten. Also es können nie beide Dinge gleich präsent sein, weil die sich sonst gegenseitig so ein bisschen auslöschen. Und das war die Schwierigkeit halt dabei, sich vorher klarzumachen, was will ich denn jetzt gerade? Also möchte ich jetzt, dass der Trick für den Zuschauer sehr präsent ist oder ist der Trick, das Beiwerk und die Musik gerade sehr, sehr spannend? Ja, und ich habe dabei viel gelernt, muss ich sagen und ich bin gespannt, wie es wird im November. Also ich bin schon sehr, sehr aufgeregt und ich freue mich natürlich, wenn ganz viele zugucken kommen. Vor allem auch das Stage Center ist, glaube ich, sehr schön. Es steht auch ein Flügel, da freue ich mich, weil ich da auch so ein paar rhythmische Sachen noch mit integrieren werde. Also es wird sehr, sehr spannend, ja. Also du gehst dann wahrscheinlich damit danach auch noch irgendwie auf Tour oder sowas, ne? Genau, ja, ich werde dann danach dann überall zu sehen sein. Ich hoffe auch im Theater in der Kurve. Ja, ich auch. Wie erarbeitest du so ein Programm? Also sind da erst so die Tricks im Kopf oder skriptest du erst mal was? Das ist ja unterschiedlich. Also, weil ich glaube, da müssen wir weiter ausholen, weil die Frage ist ja für mich, was Zauberei ist, um erst mal zu klären, wie ich an den Effekt rangehe. Weil für mich ist Zauberei eigentlich das Mittel zur Kommunikation mit dem Publikum. Also es klingt jetzt sehr kompliziert, aber das ist praktisch das, was mich mit dem Publikum verbindet. Und dann muss ich halt auch überlegen, ja, also was will ich mit diesem Effekt? Will ich das Publikum wirklich nur staunt oder möchte ich mit dem Publikum einfach nur in Interaktion treten? Zum Beispiel habe ich eine sehr spannende Story einfach nur, wo das Staunen jetzt vielleicht einfach nebensächlich ist? Oder ist es einfach nur für mich ein Trick, der mich einfach selbst berührt oder mich interessiert? Und dann mache ich den natürlich auch. Und das sind schon ganz unterschiedliche Ansätze. Und manchmal gibt es auch einfach ne, also bei Kopfreise war es so, dass es dann auf einmal so Textfragmente gab, die mir einfach in den Kopf gekommen sind und habe gedacht, ja, damit könnte ich doch einfach einen Effekt zeigen. Also es gibt zum Beispiel den Eimer voll Glück. Und das kam mir irgendwann so und dann habe ich mich an einen Kollegen erinnert, der einen neuen Effekt mal gezeigt hat bei so einem Zauberertreffen im Zirkelabend und dachte mir, ja, das passt perfekt. Und dann fing das an, so langsam an, Form anzunehmen und dann habe ich erst geskriptet. Also manchmal im Nachgang, manchmal aber auch schon vorher so ein paar Fragmente, die dann zusammengefügt werden. Und manchmal führe ich es auch ungeskriptet einfach erst mal vor und schaue mal, wie das Publikum reagiert und skripte es dann danach erst nochmal. Ja, einfach um zu gucken, wo sind denn da Spannungs-, also wo ist die Spannung am stärksten, wo relaxtes Publikum wieder und dafür brauche ich ein Gefühl. Und das kann ich zwar auch vorher planen, aber manchmal sind so Sachen wie zum Beispiel das Kopfreiselied mit den, mit diesen Ländern, mit diesen Postkarten, glaube ich, das hast du ja gesehen. Ja. Das war was, was ich nicht geskriptet hatte, außer den Song halt. Und da musste ich erst mal ein Gefühl dafür bekommen, wie reagieren die Zuschauer auf bestimmte musikalische Gags, die ich da eingebaut habe. Und dann habe ich es jetzt erst nachträglich nochmal geskriptet, aber auch für mich, um es einfach nochmal festzuhalten, dass ich die Gags nicht mehr auslasse und so weiter. Hast du jetzt irgendeine Art von Testpublikum oder wird dann die Premiere wirklich das erste Mal sein, dass du das mit einem Publikum machst? Ja, du klingst ja verwundert, ne? Ein bisschen, ja. Also wenn ich halt so vom Theater komme, denke ich, naja, nur eine GP wäre ganz gut, dass mal jemand schaut. Wir spielen ja auch die 20 Finger. Ich habe zum Beispiel manchmal bei den 20 Finger schon Elemente reingebaut. Also ich werde es nicht ganz neu spielen, das würde ich niemals wagen. Also da würde ich durchdrehen, weil ich dann vor Angst umkommen würde. Oh nein. Weil ich einfach schon bis zu einem gewissen Grad ein Gefühl brauche, wie das Publikum an manchen Stellen reagiert. Ja. In der Kopfreise sind ein paar alte Elemente drin, das heißt, die, die kenne ich sowieso. Und die neuen Elemente habe ich vorher meistens schon mal bei anderen Auftritten getestet, wo ich vielleicht nicht alleine zauber. Oder ich meiste dann ab und zu mal eine neue Nummer rein und teste die und spiele dann wieder alte Nummern. Und damit sind die auch schon mal so halb eingespielt sozusagen und ich habe dafür schon ein Gefühl. Und dann bin ich auch noch in der Schule, das heißt, dann kriegen die Schüler auch ab und zu mal vor den Ferien, in der letzten Stunde vor den Ferien meistens, auch eine Zaubershow. Also das ist meistens so Tradition, dass ich in der letzten Stunde vor den Ferien dann nochmal zauber und dann teste ich so Sachen auch. Das ist halt auch ganz schön, weil man dann einfach verschiedene Klassen auch hintereinander nochmal hat und denen das dann zeigen kann und man gewisse Schnittmengen findet. Und auch neue Aspekte oder neue Gags auch. Meistens, die besten Gags kommen ja von den Zuschauern oder Zuschauerinnen. Ja, oder der Interaktion mit denen, ja, ja. Genau. Und dann habe ich das praktisch im Gefühl und dann kann ich das auch lockerer spielen, ja. Du hast mal nach einer Vorstellung, da sind wir schon mal ins Gespräch gekommen und da hattest du mal gemeint, du kannst zum Beispiel deine Familie nicht als Testpublikum verwenden, weil die kennen dich zu gut. Und die merken dann sofort, dass du die Hand irgendwie komisch hältst. Richtig, ja. Jetzt, deine Schulklassen kennen dich ja aber auch relativ gut, würde ich mal behaupten, aber da funktioniert es dann. Also da ist der Abstand groß genug so. Ja, ich zeige ihnen ja nicht jede Stunde einen Zaubertrick. Also wenn ich denen, glaube ich, jede Stunde einen Zaubertrick zeigen würde, dann würden die irgendwann auch bestimmte Eigenheiten feststellen. Ah ja. Aber das mache ich meistens so in der letzten Stunde von Ferien oder sowas. Also das kann ich nicht machen. Okay. Ich habe ja noch andere Sachen zu unterrichten. Aber es stimmt wirklich, also wenn ich das meinen näheren Leuten zeige, die kennen mich einfach von meiner Körpersprache so gut. Und das Problem beim Zaubern ist, oder zumindest so wie ich es betreibe, also ich versuche sehr viel über Fingerfertigkeit, über einfache Mittel zu lösen. Und dann ist es halt wirklich so, dass man wirklich versuchen muss, das ist halt das Schwierige beim Zaubern, seine Körperhaltung oder seine Gestik wirklich so zu kontrollieren, dass es natürlich aussieht, obwohl man gerade was total Unnatürliches macht. Und das ist für mich so die Schwierigkeit, beziehungsweise das ist generell die Schwierigkeit vom Zaubern. Ganz einfach, wenn man irgendwas verbergen will. Ja, dann verrät man das ja mit einer gewissen Körperhaltung ja eigentlich schon. Das heißt, man muss schon studieren, wie sehe ich aus, natürlich aus? Und kann ich dieses natürliche Aussehen auch haben, wenn ich etwas verbergen möchte? Zum Beispiel, ganz pauschal gesagt. Und das ist schon viel Arbeit auch an sich selbst. Und manchmal treffen mich auch Leute und die denken, das ist ja ein totaler Spinner, weil ich laufe eigentlich immer mit irgendwelchen Karten oder Münzen in der Hand rum. Und auch wenn ich mit dem Hund spazieren gehe zum Beispiel, ja, also manchmal auch, ja. Und ich habe zum Beispiel einen meiner Lieblingstricks, ist der Trick mit den weißen Bällen und den habe ich permanent halt geübt. Also das muss ein Teil von mir werden. Aber dann wird es auch ein schöner Effekt. Und dann merkt, glaube ich, auch das Publikum, wie sehr ich selbst auch an diesem Effekt hänge, dass es wirklich ein Teil von mir ist. Und ich glaube, ich bin immer noch der Meinung, das überträgt sich auch auf das Publikum. Also das Publikum meldet das auch dann mit gewissen Äußerungen auch zurück. Also ich glaube, ich bin, ich habe schon oft Zaubershows gesehen, wo ich einfach nur einen Effekt gesehen habe. Der kann gekauft sein, also man kann einen Effekt auch kaufen. Oder der kann auch ausgedacht sein, aber es fehlt irgendwie das Miteinbeziehen des Publikums. Also dass man das Publikum sieht. Und das ist das erste Geheimnis, glaube ich, dass man das Publikum wahrnimmt. Und das zweite ist, dass das Publikum auch merkt einfach, wie sehr ich das gerade toll finde, was ich da mache. Aber es geht nicht darum, dass ich mich toll finde, das meine ich nicht, sondern es geht darum, wie toll ich gerade dieses Kunststück gerade toll finde. Und ich glaube, das überträgt sich dann halt auch auf die gesamte Stimmung. Ja, dass du quasi mitstaunst über das, was passiert. Also das ist nochmal eine andere Frage. Das ist auch wieder eine Frage, wenn ich mich mit einem neuen Kunststück beschäftige. Was ist mein Part? Passiert mir dieser Effekt? Also bin ich genauso verblüfft, was ja eigentlich aus meiner Perspektive erstmal total irritierend ist. Weil ich mache, ich erzeuge ja diesen Effekt. Egal, ob er mir passiert oder nicht, weil ich muss ihn ja erzeugen. Das heißt, ich muss mir erstmal überlegen, ja, staune ich praktisch mit? Also ist das, passiert mir das jetzt einfach hier an der Hand? Oder, Edgy Badge, ich habe jetzt gerade eine Kugel erscheinen lassen. Das sind ganz viele, das sind unterschiedliche Haltungen, die man einnehmen muss. Und die muss man sich aber vorher klar machen, weil sonst das Publikum später irritiert ist, wenn ich einmal die Haltung habe, Edgy Badge, hier ist die Kugel. Oder, ah, ich bin genauso erstaunt, da ist ja gerade eine Kugel angekommen. Ja, es erzählt was anderes, ja. Ja, genau. Und das muss man, das ist echt schwer, sich am Anfang erstmal da hinein zu versetzen und zu überlegen, was will ich? Da glaube ich, es ist mal, also das ist ein sehr komplizierter Prozess und das braucht lange, bis man auch selbst erstmal merkt, oh stopp, nein, ich muss mir erstmal klar machen, was möchte ich jetzt mit meinem Zuschauer? Würdest du sagen, du hast eine Bühnenfigur? Nein. Also man verhält sich natürlich immer nochmal einen Ticken anders auf der Bühne. Aber das war gerade das, was für mich wichtig ist. Also ich bezeichne mich auch, glaube ich, nicht so als der typische Zauberer. Und ich will auch weg, ich persönlich will weg von diesem Klischee Zauberer. Also wenn man manchen Leuten sagt, hey, ich zaubere, dann kriegen die meisten Leute so ein Grinsen ins Gesicht und sagen, ja, zeig mal was. Ja, das wird so ein bisschen belächelt. Mittlerweile ändert sich so langsam, glaube ich. Da sind auch viele Leute, glaube ich, auch wirklich maßgeblich daran beteiligt. Auch danke an die Ehrlich Brothers, muss ich sagen. Also die leisten dazu auch ihren Beitrag, so ist es nicht. Aber ich wollte weg eben genau davon. Ich wollte weg davon, ich bin hier der große Zauberer, so wie das ganz früher war. Also im 1900 rum, da gab es halt diesen Zauberer, der auf einer anderen Stufe steht und der zeigt jetzt tolle Effekte. Und davon wollte ich einfach weg. Ich wollte einfach ich sein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich genieße das auch dann auf der Bühne, ich zu sein, weil ich einfach Sachen auf der Bühne machen kann als ich, die ich im normalen Leben so nicht tun würde. Ja, und ich glaube einfach auch, wenn ich das, diese, ich hoffe, dass man das merkt, wenn diese Natürlichkeit, dass ich eben genauso bin, wie ich bin, dass dann auch die Zuschauer mehr Vertrauen in mich haben und ich mir auch mehr bei den Zuschauern erlauben kann. Also ich meine zum Beispiel, du hast ja einen Teil von meinem Programm gesehen, ich zwinge ja einen Zuschauer zum Bananen essen. Ja. Das ist ja, im Grunde genommen ist das eigentlich was total Blödes und was man so im normalen Leben ja auch nicht machen würde, weil es geht ja eigentlich einen Schritt zu weit. Ich, also ich, ich zwinge ihm die Banane auf und er isst sie auch noch. Und er macht es mir zuliebe, das weiß ich. Und ich signalisiere ihm aber auch auf der Bühne, hey, ist alles in Ordnung. Ich, ich weiß, dass du das, dass du das gerade für mich machst. Und, aber wenn, ich hoffe immer, dass ich so eine gewisse Vertrauensbasis dann auch auf der Bühne irgendwie schaffen kann, dass eben die Zuschauer das auch tun. Und ich schätze das aber auch. Also ich sage auch jedem Zuschauer, der dann von der Bühne geht, vielen Dank, dass du mitgespielt hast, dass du das so mitgemacht hast, weil ohne dich könnte ich das ja hier oben nicht machen. Also ich finde, man muss sich wirklich bewusst machen, dass ich das Publikum brauche, um überhaupt so eine Show machen zu können. Also ich kann mich ja nicht, wenn ich mich vor den Spiegel stelle und zaubere, dann sage ich ja nicht, boah, wie habe ich denn das jetzt gemacht? Also ich muss ja, ich muss ja das Publikum dazu bringen, mir zu helfen, mitzustauen, mit mir zusammen diesen Weg durch den Abend zu gehen. Und meiner Meinung nach schaffe ich das nur, indem ich wirklich ehrlich vor meiner Person her bin. Sie wissen, dass ich natürlich, ein Zauberer nicht ehrlich ist, was er tut. Aber das sind, finde ich, zwei verschiedene Sachen. Ich sage ja auch nicht, ich kann wirklich zaubern. Das weiß ja jeder, dass das nicht geht. Sondern ich bin da, um, dass wir jetzt zusammen einen schönen Abend verbringen. Und das ist mein Ziel eigentlich. Und das ist auch das, was ich so genieße am Zaubern, dass ich einfach raus sein kann und einfach auf der Bühne andere Sachen machen kann, die ich im normalen Leben nicht tun würde, aber als ich. Und darauf kommt es mir halt wirklich an. Also einfach ich selbst zu sein auf der Bühne trotzdem. Und nicht irgendeine Figur zu spielen. Was weiß ich, Fabian der Bär oder sowas. Das möchte ich nicht. Das ist voll schön, wie du das in Worte fassst. Und ich finde, da merkt man auch, wie extrem du dich damit schon befasst hast. Ja, genau. Und was für ein großer Teil von deinem Leben das ist und wie viel Arbeit da auch dahinter steckt. Du hast ja jetzt auch schon mehrfach gesagt, damit muss man sich beschäftigen. Dieser Satz kam jetzt heute schon ein paar Mal. Das braucht also Zeit und sehr viel Arbeit. Und es ist nicht einfach, ja, jetzt zack ist es da. Sondern es hat viele Aspekte. Also ich lese, ich sammle Zauberbücher. Also das sieht man jetzt nicht, aber ich liebe Zauberbücher. Einfach, weil man dann neue Ideen bekommt. Aber auch ganz viele Leute ihre theoretische Auffassung teilen. Und ich glaube, das ist viel wichtiger, als in einen Zauberladen zu gehen und sagen, ich brauche den Zaubertrick, den Zaubertrick und den Zaubertrick. Weil letztendlich muss das ja ein Trick sein, der für mich steht. Also mit dem ich mich identifizieren kann. Ja. Und den kriege ich ja nur, wenn ich mich mit diesem Trick beschäftige. Und meistens brauche ich dafür gar nicht viel. Also wenn du dir meine Aufbauten anguckst und das ist bewusst so, da steht nicht viel rum. Da ist nicht viel. Da ist eine Tasche, da sind ein paar Sachen drin. Und das war's. Weil mehr brauche ich ja auch nicht, um zaubern zu können. Also wenn ich wirklich zaubern könnte, bräuchte ich ja auch nicht viele Gegenstände. Also wird bei Kopfreise auch so sein, dass du vor allem deinen Flügel in dem Fall dann hast? Und wenig sonst? Ja, genau. Also der Flügel steht in der Mitte und es sind ein paar Kleinigkeiten stehen noch außenrum. Aber es ist nicht viel. Also es ist auch keine Megakulisse. Das will ich auch gar nicht. Weil mir geht es wirklich darum, was man zusammen macht. Und das ist das, was zwischenmenschlich passiert. Und ganz ehrlich, deswegen Kopfreise auch dieses Thema. Das heißt auch, Zauberkunst beginnt in deinem Kopf. Da habe ich auch so einen Trick, so einen Seiltrick. Nämlich die Zauberei entsteht ja nur in unserem Kopf. Also ich muss ja, ich zeige zum Beispiel auch manchmal die verketteten Ringe. Die kennt man, ne? Das sind so große Ringe, die ineinander verkettet werden. Und es wird stärker, wenn man das mit Fingerringen macht. Das Problem halt an Fingerringen ist, die sind sehr, sehr klein. Das heißt, ich muss mir jetzt überlegen, wie kann ich das groß spielen? Das kann ich groß spielen, indem ich einfach das den Zuschauern gebe. Und sie bestätigen mir, dass sie zusammenhängen. Und das erzählen die den anderen Leuten aus dem Publikum weiter. Und damit ist im Kopf jetzt verankert, ja, die sind wirklich verkettet. Die sind zusammen, ja. Ja, die hat sogar der Zuschauer XY in der Hand gehabt. Und hat sie nicht auseinanderbekommen. Und das ist eigentlich das ganze Geheimnis. Ich brauche keine Großillusionen oder keine großen Dinge, um Zauberei zu schaffen, sondern die ist nun mal in unserem Kopf. Deswegen auch Kopfreise. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, Kopfreise, weil bei mir wirklich ganz viel mit Zaubern immer in meinem Kopf rumgeht. Also es ist ganz furchtbar manchmal, weil ich Tag und Nacht Zaubern im Kopf habe. Und auch wenn es auch mal wieder verschwimmt, aber es ist immer irgendwas da, was mir gerade im Kopf rumgeht, was ich noch ausprobieren wollte oder wieder eine neue Idee. Und das, ja, das kann auch manchmal ein bisschen behindern. Aber eigentlich, eigentlich ist es auch schön, weil man halt immer dann damit weiterkommt. Und so ist auch Kopfreise entstanden. Also Kopfreise, die ganzen Effekte sind erst mal in meinem Kopf irgendwann gewesen. Und ich habe sie dann so nach und nach halt erst rausgeholt. Und das finde ich einfach deswegen einfach auch dieser Titel. Also deswegen Kopfreise, weil man einfach sehr viel machen kann in unserem Kopf, wenn man sich das so vorstellt. Aber bereichert auch die Zauberei oder auch eben deine Auftritte als Zauberer auch sonstige Bereiche von dir, von deinem Alltag oder auch von deiner Arbeit als Lehrer, dass du da irgendwie merkst, das hängt irgendwie zusammen oder es bereichert sich eben? Ja, also ich glaube, dass man, dass meine Persönlichkeit halt dadurch schon ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, sicherer geworden ist. Also es ist, von der Klasse zu stehen, ich habe so ein Gefühl, wie ich das handeln muss, wie ich die Schüler handeln muss. Das Gleiche ist ja auch, das passiert ja auch schon auch an so einem Zauberabend. Wobei man immer vergessen muss, die Leute, die, oder das Publikum, was ins Theater kommt, kommt ja aus freien Stücken. Also die kommen wieder hin, weil sie es sehen wollen. Aber das Gefühl, vor dieser Gruppe zu sein, ist schon sehr ähnlich. Und man entwickelt auch ein Gefühl, wo entsteht jetzt so ein bisschen Leerlauf? Wie ziehe ich da jetzt wieder an? Oder auch so gruppendynamische Prozesse, wo wen muss ich ansprechen, dass was Bestimmtes passiert? Oder dieses Gefühl, finde ich, kommt da ganz, ganz stark zum Tragen, ja, natürlich, ja. Gibt es einen Trick, wo du sagst, den würdest du nie im Leben machen? Das geht dir irgendwie zu weit oder, ja? Ja, also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich hole ein bisschen weiter aus. Ich wurde mal engagiert für einen Mittelaltermarkt. Und das fing dann schon beim Kostüm an, weil ich einfach mittelaltertechnisch nicht ausgestattet war. Aber da war ich noch relativ jung, also ich glaube, es muss so 16 gewesen sein, so rum. Und dann hatte ich auch überlegt, was man zaubern kann. Und dann habe ich gesehen, es gibt ja so eine Guillotine, so eine Arm-Guillotine, wo man dann den Arm reinstecken kann. Und unten drunter kommt eine Gurke und dann wird das Pfeilbeil fallen gelassen, der Arm ist noch ganz in die Gurke, ist kaputt. Und das fand ich damals auch total toll. Es kommt auch mega an. Ich habe das sehr lange als Schlusstrick sogar in meinen Programmen vorgeführt, auch nicht mittelalterlich, ja. Und dann habe ich irgendwann, ich glaube, das war so der Punkt, wo ich dann angefangen habe, umzudenken, habe ich mich gefragt, ja, warum finden die Leute das so gut? Weil ich fand den Trick nie so besonders. Außer, dass er leicht vorzuführen war, weil es halt ein Apparat war. Und dann habe ich eigentlich gemerkt, ja, es geht einfach hier um Sensationslust, ja. Also die Leute wollen das sehen, weil sie eigentlich gerne sehen wollen, fällt der Arm jetzt oder fällt er nicht, ja. Und ich habe das ja auch damals bei der Routine so ausgespielt. Also ich habe da noch so einen Verbandskasten mitgebracht und dann haben wir eine Generalprobe gemacht und haben dann geübt, wie man den dann verbindet und so weiter. Und dann habe ich gesagt, nein, das kann ich eigentlich nicht bringen. Also das ist eigentlich, das geht mir zu weit. Ich will nicht, dass, und ich habe auch immer, ich habe mir auch nie Gedanken gemacht, was empfindet denn eigentlich der Zuschauer, meistens war es ein Zuschauer, habe ich extra genommen, der seinen Arm eigentlich da reinsteckt. Für den ist das ja auch super real, ja. Und dann habe ich mal darauf geachtet, als ich das vorgeführt habe, dass das ja, eigentlich haben die richtig Bammel, das zu machen. Und das Publikum hat Schadenfreude, ne? Genau, und das ist halt mega lustig, weil ich da halt meine Gags so rumgebaut hatte. Aber eigentlich geht es zu weit, weil eigentlich geht es dem Zuschauer da vorne auch gar nicht gut. Der guckt auch meistens weg dann, ja. Und dann habe ich gesagt, okay, nee, das nehme ich nicht mehr ins Programm. Ja. Und dann kam ein Effekt raus mit so Nägeln. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, auch bei YouTube gab es, haben wir es auch oft gesehen. Das sind einfach so Nägel, ein Nagel, der auf so einem Podest steht und dann noch, glaube ich, noch vier andere Podeste, da ist nichts drauf und dann wird so ein paar Becher drauf gestülpt. Und dann… Und dann haut man, glaube ich, auf den Becher, ne? Genau, ja. Und dann gab es da, also ich fand den Effekt, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, auch radios. Also das ist schon, also da wird dann immer nach und nach ein Becher eliminiert, also da wird dann draufgehauen. Bis zum Schluss halt dann der Nagel übrig bleibt. Eigentlich ist es wie so ein russisches Roulette. Eigentlich ist es schon grandios, weil ich einfach keine Erklärung hatte, wie das funktionieren könnte. Und dann gab es ein paar Fail-Videos noch bei YouTube, wo dann wirklich die Zauberkünstler in diesen Nagel reingehauen haben. Und da stand für mich auch fest, okay, nein, dem möchte ich auch nicht sagen. Also es gibt wahrscheinlich auch Varianten, die ungefährlich sind, aber nee, eigentlich ist das genauso, also in diese Richtung, diese sensationslos. Also da gehen aber die Meinungen, wie gesagt, auseinander. Das ist meine persönliche Meinung jetzt zu diesen Art von Effekten, dass die einfach nicht zu mir passen. Ja, ist aber, also es ist gar nicht so weit von der Kritik, die ich auch so am Theater wiederum habe, am Schauspiel habe, weil es da ja auch Inszenierungen gibt, die genau damit spielen. Also Hauptsache die Darsteller sind alle nackt oder machen immer Sonstiges auf der Bühne, wo ich irgendwie ein gruselig-ekliges Gefühl als Zuschauerin bekomme. Und dann fragt man sich auch, braucht es das jetzt wirklich gerade, um die Geschichte zu erzählen? Oder ist das gerade nur, damit später in der Zeitung eine große Überschrift drinsteht? Ja, ist immer so die Frage. Ich wollte gerade noch was fragen, Moment. Nein, ich habe, genau, wie regierst du damit um, wenn was schief geht? Jetzt nicht unbedingt, wenn der Arm abfällt, aber. Ja, ja, das wäre schlecht. Genau, nee, aber also ich nehme jetzt einfach mal an, ganz frech, dass dir schon mal was schiefgegangen ist auf der Bühne. Oh ja. Und was passiert da in deinem Kopf? Geht da die Panik los oder nimmst du es mit einem Humor dann irgendwie? Ja. Ja, also früher, als ich noch jünger war, wie gesagt, ich habe es ja jetzt schon echt lange gemacht. Und meistens sind die Fehler dann passiert, wenn ich nicht genug Zeit für die Vorbereitung hatte, also an dem Abend, wo ich aufgetreten bin. Das heißt, wenn ich dort hingekommen bin und es hieß dann noch zehn Minuten bis zum Auftritt und dann musste ich fertig sein. Und früher habe ich dann immer mitgespielt und gesagt, okay, ich mache es in zehn Minuten, bin ich bereit und so weiter. Und habe dann schnell, schnell, schnell gemacht. Und dann ist meistens was schiefgelaufen. Also ich habe noch eine Sache in Erinnerung, dass ich eine Flasche hatte, wo ich ein gelbes Seitentuch reingesteckt habe und dann geschüttelt habe. Und dann ist da Orangensaft rausgekommen. Und ich habe das halt alles vorbereitet und kam dann auf die Bühne und habe dann halt meine Flasche leer vorgezeigt. Und auf einmal macht es Flatsch und der Orangensaft kam dann raus. Scheiße. Und da gibt es halt dann wirklich, dann gibt es halt wirklich kein Zurück mehr, ja. Also dann war es halt, heutzutage würde ich lachen und würde einfach weitermachen. Damals war das für mich echt der Horror. Ich habe da gestanden, das weiß ich noch, wie angewurzelt, ja. Es war so, Musik hatte ich dann noch im Hintergrund und habe das dann einfach alles abgebrochen, ne. Und habe dann ein nächstes Kunststück gemacht. Aber mir war das so unangenehm. Mittlerweile überhaupt nicht mehr. Also wenn halt was schief geht, dann geht es halt schief. Und dann hat man bestimmte Sprüche, mit denen man wieder rauskommt, ja. Manchmal geht aber, mittlerweile geht vielleicht nur ein kleiner Teil schief. Also dann ist es halt eine kleine Sache, die halt nicht hundertprozentig ist. Aber das Lustige ist ja, wenn die anderen Sachen dann schön sind, dann vergisst das Publikum das auch wieder, dass das jetzt gerade nicht gut geht. Ja, natürlich, ja. Und meistens ein lockerer Spruch oder, ja, hatten sie gedacht, das könnte funktionieren oder irgendwas. Und dann geht es halt weiter. Ja, und das Lustige ist ja auch, was ich auch schön finde, ist, das Publikum weiß ja nicht, was passieren wird. Also ich kann ja auch einfach einen anderen Weg einschlagen. Und dann, ja, und von daher ist das eigentlich halb so wild. Aber das ist, glaube ich, auch einfach dann irgendwann Routine. Also es sind immer mal Kleinigkeiten schief gelaufen und dann hat man sich so ein Repertoire irgendwie erarbeitet, was man macht, wenn. Ja. Also, oder man hat einen Effekt, wo man weiß, der kann, da ist die Chance, dass es schief geht, relativ groß am Anfang. Dann überlegt man sich halt, wie könnte ich da wieder rauskommen? Ah, ja. Also wie könnte ich den Effekt weitermachen, wenn er schief geht? Weil irgendwas nicht richtig funktioniert oder das kann schon passieren. Ja. Aber eigentlich, ich glaube, dem darf man nicht so viel Gewicht geben, weil das Publikum nimmt einem das nicht übel. Ja. Dafür ist es ja auch eine Live-Vorstellung. Das ist ja einfach so. Ja. Und ich meine, das Zaubern an generell geht es ja einfach darum, Spaß miteinander zu haben. Und man hat auch so Spaß manchmal. Ja, ich glaube auch, wenn du dann jemanden noch aus dem Publikum hast, der richtig gut zur Nummer passt, und dir dann Futter gibt und so, dann ist es auch, ja, das ist auch schön. Also das, und wenn dann der Effekt halt nicht passiert, dann passiert er halt nicht. Ja, es ist halt dann einfach so. Aber man hat eine schöne Zeit bis dahin gehabt. Ja. So muss man es auch sehen. also ich finde nämlich nicht, also natürlich, ich habe mal irgendeinen bekannten Zauberkünstler gefragt, ah genau, Jörg Alexander war es, warum er zaubert oder was er so besonders an Zaubern findet. Und er sagte zu mir, das ist der kurze Moment des Stauns, dieses, oh, das geht ja nur wirklich nur eine Millisekunde oder so was, bis dann das Gehirn anfängt dann zu rattern und dann sagt, das stimmt schon, diesen Moment liebe ich auch und den kriege ich auch gerne bei den Zuschauern mit, was auch der Grund ist, warum zum Beispiel das Saarlicht bei mir immer anbleibt. Also ich lasse auch immer das Zuschauerlicht an, weil ich möchte, dass die Zuschauer untereinander kommunizieren können. Ich aber auch sie sehen möchte und auch sehe gerne, wie sie staunen oder wie sie, welche Emotionen sie gerade ausschütten. Und die Emotionen verstärken sich dadurch ja auch, also weil sie kriegen mit, oh, der eine Zuschauer staunt und das überträgt sich dann wieder auf den nächsten Zuschauer. und das ist ein sehr schöner Moment, wenn einfach das Publikum untereinander auch sich diese Emotionen so ein bisschen teilen kann. Und ja genau, und er sagte zu mir halt dieses, ja, also dieser Moment des Staunens und das stimmt, darauf arbeiten wir hin, wir Zauberkünstler, aber für mich ist auch der Weg dorthin auch wichtig. Also den darf man nicht vergessen. Also das ist so meine Empfindung. Bis wir zu diesem Effekt kommen, das soll auch Spaß oder soll auch irgendwie eine gewisse Freude bereiten. Und das dann zusammen mit diesem Staunenmoment ist dann für mich so das Ideal am Zauberkünstler. Schön. Als wir uns da nach deiner Vorstellung mal unterhalten hatten, hatte ich dich gefragt, ob es eigentlich auch weibliche Zauberer gibt oder ob man die dann überhaupt Zauberinnen nennt oder Hexen oder sonst irgendwas. Weil wenn ich so drüber nachdenke, dann sind das immer Männer und die Frauen, die werden zersägt oder dürfen im Glitzerkleid posieren und Sachen dem Zauberer anreichen. Ja. Ist das ein Klischee oder ist es tatsächlich so, dass es immer noch Männer regiert ist? Also es tut sich sehr viel. Also wir haben auch eine freie Zauberzeitschrift Die magische Welt und da gab es eine extra Rubrik Frauen in der Zauberkunst. Also momentan findet dann Umdenken statt. Es gibt auch Zauberkünstlerinnen. Ja, so ist gut, ja. Es gibt, ja doch, gibt einige sogar. Aber es ist immer noch so das Klischee des Zaubermannes. Also das, vor allem, was sehr spannend ist, wenn man sich auch mal, also YouTube ist ein toller Fundus übrigens, wenn man sich einfach mal Zauberkünstler anschaut, so Ältere, wie, wie auch mit welcher Distanz sozusagen dem Zauberer die Sachen angereicht werden. Also wie, das heißt, das sagt ja was über die, über das Machtverhältnis auch aus. Das ist, das ist sehr spannend eigentlich, ja. Und mittlerweile, glaube ich, aber findet da schon ein sehr starkes Umdenken statt. Und wir haben auch einige Zauberinnen, ja. Gibt es sehr viele. Also da muss man mal gucken, da sind jetzt mittlerweile ganz viele dabei, ja. Das finde ich auch sehr schön. Ja, finde ich auch total gut. Ja. Und das, dieses Klischee mit der Assistentin und, ja, die zersägte Jungfrau, ne, ist ja auch sowas. Aber es ist, das wird ja gerade, ist ja umgestellt, ne. Also auch, soweit ich weiß, gibt es auch mittlerweile so zwei Männer, die zum Beispiel eine Segeillusion zeigen. Also das ist alles mittlerweile also. Okay, ist ein bisschen aufgelöster. Im Wandel, ja. Ja, cool. Das ist, ja, ist noch nicht, bestimmt noch nicht da, wo es sein könnte, finde ich. Aber, ja, so langsam kommt es schon, denke ich, ja. Wie ist denn so der Kontakt von dir zu anderen Zauberkünstlern? Du hast ja vorhin auch mal den Zirkel erwähnt. Ich weiß, dass es einen magischen Zirkel gibt. Ich weiß nicht so genau, wo der ansässig ist. Kannst du gerne mal erzählen? Und, also, besucht ihr euch gegenseitig? Gebt ihr euch Tipps? Oder ist das auch mehr eine Konkurrenz? Mhm. Nee. Also das Schöne ist ja eigentlich, dass die Zauberwelt ja sehr klein ist. Also man, wenn man auf der Suche, also das ist ja so, wenn ich zum Beispiel einen neuen Zaubertrick irgendwie machen möchte, dann begebe ich mich immer auf die Suche nach der Historie, also nach der Geschichte und suche mir dann die Zauberbücher raus, die ich brauche, weil das ist ja wie so eine wissenschaftliche Literatur. Und meistens kommt man dann an den Punkt, wo man das Buch nicht mehr findet oder es ist nirgendswo mehr vorhanden. Dann käme der Zirkel, das kann man nachher gleich noch erklären, aber auch, man nimmt mit den Zauberkünstlern, die sich damit beschäftigt haben, direkt Kontakt auf. Mhm. Und das ist eine sehr kleine Welt, weil das ist irgendwie, da sind jetzt nicht so viele und dann kann es auch schon mal sein, dass man dann mit, was weiß ich, also Ingo Oschmann oder mit, ich weiß nicht, wer noch so bekannt jetzt ist in euren Kreisen jetzt so, aber sehr viele Zauberkünstler einfach da sind, mit denen man sich dann ganz normal austauscht, obwohl sie eigentlich ganz anderen Stellenwert haben sozusagen in der Zauberszene. Und genau, also das ist das eine und das andere ist, der magische Zirkel ist so ein Anknüpfungspunkt, wobei ich gestehen muss, ich bin gar nicht im magischen Zirkel. Ich kann auch gar nicht genau so erklären, warum. Nee, wirklich, also es ist eher so, es kam irgendwie nie so dazu, dass ich die Aufnahmeprüfung gemacht habe. Nicht, weil ich so schlecht bin. Da gibt es eine Aufnahmeprüfung? Ja, genau. Ach so. Also, aber ich erkläre mal kurz wieder angeordnet. Also es ist, wir haben den magischen Zirkel von Deutschland und der hat viele kleine Ortszirkel und Ortszirkel sind dann zum Beispiel Neustadt an der Weinstraße, gibt es den Ortszirkel Bellachini und dann gibt es wieder, gibt es wieder einen Ortszirkel in Wiesbaden, wo ich den Hannes zum Beispiel kennengelernt habe, da kann man auch gleich drüber reden. Und das heißt, man geht da einfach hin und tauscht sich aus. Die haben dann zum Beispiel jeden ersten Mittwoch im Monat treffen, der sich dann zum Beispiel ist offen für Gäste und dann kommt man da hin, jeder zeigt ein Zaubertrikot und dann tauscht man sich zum Beispiel darüber aus oder danach halt noch, zeigt dann noch kleine Effekte und dann kommen auch Ideen zustande. Also so entstehen auch wieder neue Ideen. Als Konkurrenz würde ich es nie sehen, weil jeder von seiner Persönlichkeit her anders ist. Und ich finde, als Zauberer ist es schon so, dass man selbst seine Persönlichkeit da mit reinbringt und dann jeder macht das wieder anders. Und deswegen gibt es einfach unterschiedliche Nischen, in denen die Zauberkünstler eigentlich tätig sind. Und ich finde eher den Vorteil, dass es bereichert halt, als eher, dass es irgendwie Konkurrenz sein könnte. Und genau, und dann tauscht man sich einfach aus oder es entstehen Freundschaften zu anderen Zauberkünstlern und so nimmt das halt so ein, ja, hat man so einen Dunstkreis, würde ich sagen, mit denen man dann in Kontakt steht. Und du hattest gerade… Bei Facebook kann man auch ganz viel sich austauschen. Zauberergruppen, wo dann Zauberer wieder was posten. Hier, ich habe da ein Problem und dann wird es sich gegenseitig geholfen. Ach, das ist ja schön. Ja. Du hattest gerade den Hannes Freitag erwähnt. Das ist der, mit dem ich dich zusammen im Theater in der Kurve gesehen habe. Bei, wie heißt 20 Finger und bestimmt keine Ärmel. 20 Finger und bestimmt keine Ärmel. Genau, also ist das auch über so eine Connection dann entstanden, dass ihr gesagt habt, hey, da machen wir was zusammen. Cool. Genau, ich habe also Musik in Mainz studiert, habe dann in Mainz gewohnt und ich wollte mich irgendwie zauberisch austauschen und habe dann geguckt, wo ist der nächste Zirkel. Und der war halt in Wiesbaden und dort habe ich dann, wie gesagt, den Hannes kennengelernt und wir haben dann uns öfter mal ausgetauscht, haben auch privat uns mal getroffen und wieder neue Effekte besprochen oder neue Theorien ausklavistert. Und genau, und so kam das, dass wir dann irgendwann gesagt haben, ach, wir könnten eigentlich mal zusammen auftreten. Wir bräuchten nur irgendwie eine Räumlichkeit, wo wir das machen oder ein Umfeld. und dann haben wir gesagt, okay, ich gucke mal im Zimmertheater in Speyer, genau, und dann sind wir dort, haben wir dort die Premiere von 20 Fingern und bestimmt keine Ärmel einmal gespielt. Das sollte eigentlich mal so ein einmaliges Ding sein und dann haben wir gemerkt, das funktioniert ganz gut und haben das dann öfter gespielt. Ja, genau, wir spielen das halt öfter, wenn es gefragt ist, genau. Und das funktioniert auch halt sehr gut, weil wir halt zwei unterschiedliche Charaktere sind und ich glaube, das macht die Sache dann halt sehr interessant, weil wir uns dann so gegenseitig so ein bisschen ausspielen können. Ja, ja, weil er so super ruhig ist auf der Bühne und du die ganze Zeit rumspringst. Ja, das ist ein schönes Gefälle. Ja, ja, ja. Tauscht ihr euch auch drüber aus, also jetzt so im Zirkel zum Beispiel, wer welchen Trick im Moment macht, dass nicht in Neustadt jetzt drei Zauberkünstler sind, die gerade alle drei denselben Trick machen? Ich würde sagen, das beeinflusst jemand anderes, nämlich die Zaubergerätehändler. Ach so. Es gibt, nein, also Spaß bezeichnet, es gibt einfach so Schlager, muss man wirklich sagen. Es gibt so Trickschlager, die halt einfach, wo man merkt, oh, die funktionieren einfach gut. Mhm. Und das klingt jetzt sehr im Zaubern, aber, und meistens versuche ich dann zu sagen, okay, den mache ich jetzt gerade dann erst recht nicht. Mhm. Aber es gibt halt auch manche, oder manche Leute, die das gerade sehen wollen. Also ich bin auch schon öfter auf einen bestimmten Trick angesprochen worden, als ich gebucht wurde und dann habe ich den natürlich dann halt gespielt. Also, genau, aber das trotzdem fände ich es gar nicht schlimm. Selbst bei einer Gala ist es natürlich blöd, werden jetzt mehrere Zauberer hintereinander auftreten und zwei Zauberer zeigen den gleichen Effekt. Aber ich bin trotzdem der Überzeugung, dass es für das Publikum interessant wäre, weil jeder würde ihn anders zeigen. Mhm. Also, das ist ja gerade das, was ich am Anfang gesagt habe, mir ist die Persönlichkeit unheimlich wichtig und jemand anderes würde es vielleicht im Stile von, keine Ahnung, Bob der Bär zeigen. Das ist jetzt nur mal so. Aber am Rande, aber es heißt, von daher wäre das ein ganz anderer, wieder ein ganz anderer Rahmen. Also, von daher ist es nicht schlimm. Also es ist auch nicht schlimm, dass drei Zauberkünstler im Kreis Neustadt den gleichen Effekt zeigen. Und ich habe am Anfang auch gedacht, oh, man muss, wenn man ein Bühnenprogramm spielt oder ein Programm, das ständig wechseln. Nee, muss man auch nicht. Also, die Leute schauen sich das auch gerne nochmal ein drittes Mal an. Ja. Weil, ja. Kann ich bestätigen. Ja, weil das einfach der Moment ist, um den es geht. Und den kriege ich nicht am Fernsehen mit, den kriege ich nur direkt im Theater auf der Bühne mit. Ja. Und das ist halt, das ist halt, glaube ich, das Entscheidende an der Sache. Und da kann ich auch die Effekte öfter ineinander zeigen. Es gibt natürlich die goldene Zauberregel, man zeigt einen Zaubertrick immer nur einmal. Aber, ganz ehrlich, wenn halt ein Zuschauer halt jetzt sieht, was, wie ich es gemacht habe, dann, dann sieht das halt. Also, es ist für mich, es ist natürlich, es wäre jetzt natürlich schade, weil es entzaubert und es ist natürlich auch eigentlich nicht, nicht gewollt, aber, ja, dann ist es halt so. Dafür hat man einen schönen Abend zusammen. Und, ja, also, ich habe das mittlerweile echt einfach so ein bisschen abgelegt, dieses Trickgeheimnis. Druck, ja, 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 ja. Ja, also, ich verrate natürlich nichts, aber, ich zeige es auch gerne ein viertes Mal. Also, es ist halt einfach so. Ja. Weil, ich mag es, wenn ich diese Effekte schon öfter eingespielt habe und ich weiß ganz genau, was wann wie passiert und was ich sage. Und dann kann ich mich auf ganz andere Sachen konzentrieren und kann auch viel mehr bei den Leuten halt auch sagen. Ich möchte auch was davon haben. Ich möchte auch mitkriegen, wie sie staunen und wie sie reagieren und welche Emotionen ausgeschüttet werden. Und letztendlich ist ein Zaubertrick auch nichts anderes. Also, der Zaubertrick löst irgendeine Emotion aus und Lachen ist auch eine Emotion. Also, und ich möchte das mitkriegen. So egoistisch bin ich. Gutes Stichwort. Du hattest gerade noch gemeint, dass das ein Erlebnis ist, was man nur live direkt eigentlich haben kann. Wenn man in diesem Publikum sitzt und das miteinander erlebt und in Kontakt ist mit dem Publikum, mit den Leuten, die neben einen sitzen und mit dem, der eben auf der Bühne steht und dass dann diese Magie plötzlich entsteht im Raum. Wie erlebst du die Corona-Zeit? Bist du gut? Also, ganz viele Kollegen machen Online-Zauber-Shows und die sind wirklich kreativ, muss man echt sagen. Also, da gibt es ganz tolle Shows. Ich habe mich da einfach dann zurückgezogen und neue Effekte mir ausgedacht. Ja. Und das ist wirklich schlimm, auch in der Schule. Also, es ist einfach, wir brauchen das soziale Umfeld und, ja, als Zauberkünstler ist es halt auch nicht so prickelnd. Also, ich, also ich muss sagen, ich muss Gott sei Dank davon nicht leben und muss da, muss da, ich habe da jetzt, mein Einkommen ist da jetzt nicht von abhängig, aber ich finde es sehr schade, was jetzt gerade passiert und das macht mich sehr traurig, wenn ich ehrlich bin, zu sehen, dass einfach viel weniger Leute überhaupt den Weg dorthin finden. Ja. Also, ich war ja geschockt, als du mir das noch gesagt hast. Ja, ich habe letzte Woche einmal vor sechs Leuten und einmal vor zehn Leuten gespielt. Wow. In Sälen, in die 50 bis 100 Menschen passen. Ja. Ja, das ist nicht so prickelnd. Ja, ich spiele dann halt gar nicht, ne? Ja, ja, das kommt immer so drauf an, wie die Konditionen sind, ob es sich finanziell für mich lohnt, ob es sich vom Aufwand her lohnt und da hatte es sich gelohnt tatsächlich und ich versuche mich dann auf die zu konzentrieren, die da sind und nicht auf die, die nicht da sind. Aber das ist kein Dauerzustand für mich. Absolut nicht. Ja, ich bin jetzt mal gespannt, wie es im November ist. Ja, umso mehr genau, drücke ich die Daumen, dass das bei dir jetzt anders ist. Ich weiß nicht, ob vielleicht Zauberei auch was sein könnte, was die Leute jetzt eher anspricht, weil es so stark gegen das geht, was die Welt uns gerade so vorsetzt. Das ist ein schönes Staunen, ein Abtauchen, ein Kind sein, und gar nichts leisten müssen und nichts verstehen müssen, sondern einfach nur gucken und staunen. Vielleicht ist das was, was jetzt gerade erst recht gebraucht wird. Ja, vielleicht. Also müssen wir mal gucken, jetzt wie es sich entwickelt. Das ist ja auch eigentlich das, so wie es mir beim Zaubern geht. Und das ist ja auch der Grund, warum ich es auch betreibe. Also ich tauche dann in eine andere Welt und beschäftige mich nur damit. Ja. Und vielleicht ist das auch das, was das Publikum halt braucht. Nur der Weg zu dem Zauberprogramm, der muss halt auch stattfinden. Also dass die Leute erst da hingehen. Die müssen erst mal dahin gehen. Geht dahin, Freunde. Ja. Wie kann man dich denn sonst irgendwie unterstützen? Du hast im Moment eine Webseite, die nicht so wahnsinnig aktuell ist, hast du mir schon gesagt. Richtig, ja. Aber es wird bald Kopfreise geben. Ah, okay, genau. Und die wird auch jetzt genau gemacht und ich werde jetzt noch in so einem Trailer noch von der Kopfreise dann auch produzieren von dem Auftritt. Und dann bitte einfach zur Kopfreise kommen. Genau. Das ist momentan. Sonst googelt den Mann halt. Ja, googelt mich mal, genau. Ja. Richtig. Ja, aber ansonsten gerne einfach vorbeischauen. Also ich freue mich über jeden, der ins Publikum kommt und mitfiebert. Ja. Und ja, doch. Ich wäre jetzt so langsam am Ende und hätte noch meine letzte Frage, die ich immer stelle. Ich weiß aber auch, dass du noch einen Trick hast. Ja. Ja. Willst du erst die Frage stellen? Ich weiß nicht. Ich weiß ja nicht, was der Trick ist. Ach so. Ja. Mach du mal, komm. Ich mache dann die letzte Frage zum Schluss. Ich zeige euch jetzt erst den Trick. Auch alle, die zuhören, können gerne mitmachen. Was? Ich sage gleich vorneweg, der Trick, der ist jetzt mehr so für die Story. Mhm. Und ja, ich erzähle euch einfach mal, mal gucken, wie es funktioniert. Also bitte ruhig alle mitmachen. Es geht nämlich darum, ich habe ja also gestern eigentlich was geträumt. Und zwar, ich habe geträumt, ich würde wieder eine Zaubershow machen. Aber und zwar nicht im Theater in der Kurve oder nicht im Zimmertheater sonst irgendwo, sondern auf dem Mars. Und das war ein ganz irrer Traum, denn es waren so zwei Ufos, die da oben über der Bühne schwebten und mir praktisch das Bühnenlicht gemacht haben. Und unten war eine Riesenmenge mit lauter kleinen Marsmännchen. Und die haben dann mir immer zugejubelt und die haben das auf eine spezielle Art und Weise gemacht. Ich habe einen Trick gezeigt, ja. Dann haben die mir natürlich Geld zugeschmissen. Das ist immer so, wie wenn ich normalerweise zauber. Und dann haben sie aber gejubelt. Die haben dann auf einmal alle U, 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 U gemacht. Oder sie haben dann auf einmal alle, ich habe wieder einen Trick gezeigt und sie haben auf einmal alle ihre Hände und Fühler in die Luft geschmissen. So ein bisschen Laona-mäßig. Das sah irre aus. Oder sie haben einfach nach meinem Trick auf den Boden gestampft. Und das hat mich total geflecht, weil sie haben das immer alle gleichzeitig gemacht. Also entweder haben alle U, 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 U oder alle gestampft oder alle ihre Hände in die Luft geschmissen. Und ich habe gedacht, das ist ja mal ein Megatrick. Wie machen die das? Und habe mir nach der Show, dann bin ich dann zu einem Menschen hin, habe mir gefragt, habe mir das erklären lassen. Sag mal, wie macht ihr das, dass ihr alle das Gleiche macht? Und das ist ganz einfach. Da könnt ihr alle mal mitmachen. Nehmt mal den Zeigefinger und den haltet einfach mal ans rechte Ohr. Wenn ihr den ans rechte Ohr haltet, dann haben die einfach Folgendes gemacht. Die haben nämlich alle ihre Hände in die Luft geworfen. Also die mussten mitmachen, Leni. Ach so, oh ja. Ja, okay. Und wenn sie dann mit dem Zeigefinger auf die Nase gegangen sind, dann haben sie alle U, 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 U gemacht. Genau, richtig. Und wenn sie mit dem Zeigefinger auf das linke Ohr gegangen sind, dann haben sie alle getrampelt. Also wir können jetzt nicht trampeln, wir können vielleicht das so simulieren. Ja, genau so. Und das haben die permanent die ganze Zeit immer hin und her gemacht. Also rechtes Ohr, Nase, linkes Ohr, wieder Nase, rechtes Ohr, Nase, linkes Ohr. Und jetzt kannst du ja irgendwann einfach mal stoppen. Stoppt einfach irgendwo mal. Stoppt auch einfach irgendwo. Und jetzt buchstabiert ihr mal euren Namen. Also das heißt, jetzt bei mir wäre das zum Beispiel Fabian, also F-A-B-I-A-N. Und dafür geht ihr immer eins weiter. Also F-A-B-I-A-N. Mach das auch mal mit deinem Namen. L-E-N-I. Genau, also immer eins weiter. Jetzt endet ihr wieder entweder auf der Nase oder auf dem Ohr oder auf dem rechten Ohr, auf dem linken Ohr. Und jetzt buchstabiert ihr das Wort, wo ihr gerade seid. Also das heißt, wenn ihr mit dem rechten, wenn ihr mit der rechten Hand, mit dem rechten Zeigefinger auf dem Ohr seid, dann buchstabiert ihr Ohr. Nicht vergessen, es hat ein Haar. Und wenn ihr auf der Nase seid, dann buchstabiert ihr bitte Nase, okay? Puh. Also. O-H-R. Was auf dem Ohr, okay. Manche sind auch auf der Nase oder sonst irgendwo. Und jetzt drehe ich bis drei, dann macht ihr alle mal das Geräusch oder das Zeichen, was es ist. Und dann schauen wir mal, was passiert. Es müsste nämlich bei allen das Gleiche sein. Eins, zwei, drei. U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U wieder ins Theater gehen. Das wäre zu ganz vielen Kulturveranstaltungen, gerade zu den kleinen Kulturveranstaltungen, die stattfinden. Da sind so schöne Sachen dabei, aber die finden momentan nicht so viel Beachtung. Das finde ich sehr, sehr schade, ja. Cool. Dankeschön. Vielen, vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast, zu so später Stunde an einem Feiertag. Also wow. Und ich habe euch ganz viel mitgenommen. Also vielen herzlichen Dank. Ich drücke dir alle Daumen für die Premiere. Ich habe noch gar nicht geguckt. Vielleicht kann ich da sogar. Dann komme ich nämlich vorbei, genau. Ansonsten sehen wir uns bestimmt auch im nächsten Jahr wieder im Theater in der Kurve, da bin ich ganz sicher. Ja, wäre schön. Ja, genau. Dankeschön. Ja, es war mein Vergnügen.